Willkommen bei Windows PowerD und einer neuen Anleitung im heutigen Video, wie ihr in einer Minute ein Bild freistellen könnt mit Photoshop. Nach dem Intro geht es wie mal gleich los. Das ist der Start der Reihe Photoshop Anleitungen. Und zwar wollen wir euch in wirklich, wirklich einfachen Schritten zeigen, wie ihr verschiedene Effekte aus euren Bildern machen könnt oder wie ihr eben Objekte freistellen könnt. Und das Ganze soll sehr, sehr schnell und sehr einfach sein. Heute eben freistellen und das Ganze in einer Minute freistellen heißt, Objekte ausschneiden, woanders einfügen. Datei, öffnen. So, ihr öffnet ein Bild eurer Wahl. Dann öffnet ihr das zweite Bild, wo ihr das einfügen wollt. Ich öffne wieder ein Bild. Hier oben habt ihr jetzt die zwei Bilder. Ich klicke hier auf das erste Bild. In Photoshop die neue Version CC oder 2020, 2019 Version habt ihr oben Auswahl. Dann Motiv. Und wenn ihr das gemacht habt, habt ihr euch erspart, das Ganze mit dem Lasso Tool zu machen, sondern das Ganze passiert automatisch. Jetzt nur noch mit STRG und C. Wechsel zu dem anderen Bild. STRG V. Schon ist das eingefügt. Jetzt mit STRG und T. Könnt ihr das Ganze bearbeiten von der Größe. Ich lasse mal diese Größe. Ihr könnt es natürlich eine verschiedene Größe oder diese hier. Schaut noch besser. Mit Enter bestätigt ihr das Ganze. Und das war es auch schon. Ihr seht, ein Klick und ich habe die Person freigestellt und woanders eingefügt. Habt ihr dazu Fragen, dann stellt ihr uns in dem Windows Power Forum. Über ein Abo würden wir uns freuen. Vielen Dank fürs Zusehen. Euer Windows Power.de Team